Seenstas Seenstas Wie sind's das? Ich habe euch ein paar Platten mitgebracht und die verlosen wir jetzt und zwar habe ich eine Gewinnfrage für euch Spürnasen nämlich Die Frage ist, warum heißt die Endband Endband Beantwortet die Frage bekommt eine Scheibe aus purem Vinyl plus Download in digitaler Form Danke euch für's Zuschauen